Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu diesem Video. Heute mit der lieben Samvana. Hi! Bevor wir zu unserem haupten Teil des Videos kommen, haben wir noch eine kleine Ansage. Am 28. Juni, also diesen Freitag, haben wir unser erstes eigenes, privates Konzert. Um 19 Uhr ist Einlass. Karten könnt ihr unten in der Bio, in dem Link, kaufen. Also kauft Karten. Wird richtig geil. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr dabei seid. Und ja, ich würde sagen, geht weiter mit dem Video. So, und die liebe Samvana erklärt uns jetzt mal, was wir hier in dem Video überhaupt machen. Kamala, du bist eigentlich. Kamala, du bist. Okay, also wir haben jeweils fünf Begriffe aufgeschrieben. In diesen Bechern. Ich fände sie wahrscheinlich so von Ikea, oder Tupper. Tupper safe, okay. Wenn ich mit Tupperware aufbrochen muss. Unterstützt durch Protokplatzierung. Eben. Jeder von uns hat fünf Begriffe aufgeschrieben für den anderen. Also ich habe fünf Begriffe für Jan Luca aufgeschrieben. Er hat fünf Begriffe für mich aufgeschrieben. Und wir werden jeweils einen Begriff, also einen Settel rausziehen, öffnen. Haben dann zehn Sekunden Zeit, zu dem Begriff ein Lied zu finden. Wenn wir aber den gleichen Begriff haben. Also beziehungsweise er zieht jetzt ein Wort. Und ich ziehe fünf Minuten später das andere Wort. Dann darf ich nicht dasselbe Lied benutzen, wie er benutzt hat. Weiter geht's. Soll ich diesmal anfangen, weil du immer anfängst? Oh nein Wind, geh weg meine Haare. Nein Wind. Okay. Ich hab mich verstanden. Dann. Der erste ist. Der erste ist Savandra ja. Der erste? Das erste ne. Okay. Gut und. Fatsch. Plus. Ich weiß nicht wie das Lied geht. Ich hab das Lied noch nicht gehört. Das ist ungefähr von Justin Bieber und Ed Sheeran. Ich weiß, dass es I don't care heißt. Aber ich weiß nicht wie es geht. Das Schlimme ist einfach so. Ich kenn nur dieses I don't care. Ja super. Das hätte ich auch singen können. Aber ich dachte mir so, wenn ich das Lied noch nicht kennen, ist das ein bisschen blöd. War Justin Bieber auch da? Nee. So kann ich ja gar nicht zurückgehen. Aber Sarah Larsen und James Bale. Falls du das jemals siehst. Abplatz. Platz. Schloss. Oh nein. Stopp. Ja ok. Abplatz. Platz. Schloss. Tonight. I just. Ich weiß nicht wie es weiter geht. Du hast die Melodie falsch gesungen. Ich weiß ganz genau wie du meinst. Fertig. Wie geht das? Tonight. Nein. Von Bruno Mars. Tonight. Ich weiß nicht wie das geht. Oder hast du das überhaupt? Also ich kenn das Lied nicht. Heißt das überhaupt Tonight? Safe night. To the moon. 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 Wo singt der Night? Ah. Tonight. Ja. Genau. Scheiße. Ich wusste nicht mehr richtig die Melodie. Ok. Der 1.0 für Loogie. So. Hm. Oh Gott. Ich hab nur so. Tonight. Ja das ist halt so gut weil die Melodie so kack ist. Autotune. 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 Synchron. Aha. Ok. Und. Los. Like. Mama's a lovely boy's like you. Damn I fall into. Do it. One day to pass. Ok. Ok. Auf die Platte. Fertig. Los. Hi. Haha. Hope for you. Ah scheiße. Ah nein. Panigate Disco. Hm. Oh nein. Das macht mich grad so sauer. Hä warum hast du... Ach so ich hab angefangen. Deswegen hast du noch 3. Hm. Ja. Abitur. Könnte ich grad wieder zurückgeben. Abitur. Ok. Und. Los. Haha. Dieser Weg. Hm. Mach. Ich hatte eigentlich von ähm. Herbert Grönemeyer. Aber welcher Teil wo singt denn der Weg? Ähm. Ja ne? Warte. 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 Ne warte warte. Der singt da nämlich. Sicher nicht. Ich glaub. Ja doch ich weiß was er der Weg sagt. Ja. Stimmt. Ja. Siehste. Ich sag ja. Krass. Na hast du jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Komisch. Hm. Ja. Ich hab wieder dran gedacht. Shop. Äh. Das ist das was... Jaaaa. Haha. Das ist so. Ich hab... Das hab ich vorher gesagt. Wenn du das nicht rausfindest. Ich hab erst an Drift Shop gedacht. Ja das hab ich eigentlich... Ich hab eigentlich erst Drift Shop gemeint. Dann kam mir in den Kopf als Shop drauf. Ja. 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 Ach warum hol ich denn jetzt wieder ins Haus? Ja. So. Mein letztes. The next. The last. The last. Okay und. Los. Das heißt so Schulters heißen ne? Ja. Put your head on my shoulders. Oh. Elvis Presley glaub ich. Bester Mann. So und. Das war auch nur der Video. Last. Last but not last. Last but not last. Last but not last. Last but not last. Scheiße. Last but not last. Okay. Was müssen wir am Ende machen? Least but not last. Ja. Nochmal Konzertgarten. Englisch Profi. Okay. Ähm. Jetzt zum letzten. Oh Gott. Es ist da auch Platz. Fertig. Los. Sexy. Mhm. I'm sexy and I know it. Scheiße. Nein. Ja. Ich hab mir gedacht, dass du draufkaufst. Ich hab mir gedacht, dass du das nicht verdammt hast. Okay Leute. 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 Leute, Leute von den Menschen. Von der Land. Okay. Jedenfalls war's das mit dem Video. Ich hoffe, ich hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wir sind da offen. Ich freu mich über jeden Kommentar. Und vergesst nicht, folgt natürlich noch der Savannah. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zu Instagram und zu YouTube. Weil auf Instagram poste ich mehr Sing-Videos als auf YouTube. Ich bin sehr nicht up-to-date. Okay, gut. Dann. Und abonniert den Januka noch. Natürlich. Natürlich. Das hast du nämlich nicht gesagt. Come on. You know you want to. Okay, Leute. Adios. Ciao.